Noch ist Bitcoin die größte Kryptowährung, aber kann Ethereum größer werden? Darüber habe ich mich mit Roman auch bekannt als der Blog-Trainer unterhalten. Roman hat eine klare Meinung, er kann den Hype um Ethereum nicht verstehen. Und damit willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches. Wenn du Teil 1 nicht gesehen hast, kein Problem, ich habe ihn dir in der Description verlinkt. Bitcoin steht natürlich immer im Fokus, Roman. Aber gerade 2021 war auch eines der großen Themen NFTs, was uns ja noch eine Weile begleiten wird. NFTs sind ja bisher eine klare Domäne von Ethereum. Kann es sein, dass Ethereum größer wird als Bitcoin, weil es mehr technische Möglichkeiten bietet? Stichwort NFTs, Smart Contracts und so weiter? Jetzt machst du ein großes Thema auf. Ja, also tatsächlich glaube ich, temporär kann das passieren, dass Ethereum vom Market Cap her Bitcoin flippt. Auf dieser Skala, auf dieser Platzierung. Langfristig auf gar keinen Fall. Langfristig, glaube ich, steht der Ethercoin dem Netzwerk massiv im Weg. In erster Linie, glaube ich, aber NFTs sind eine Technologie, die wir in den meisten Bereichen nicht wirklich brauchen. Die werden heute wie Panini Sammelkartenbilder verkauft und erfüllen auch genau diese Funktion. Und auch hier mit einem Marketingversprechen, es sei dezentral. Das ist es tatsächlich nicht. Da muss man aber für verstehen, warum Ethereum nicht dezentral ist. Und das ist tatsächlich nicht so einfach mal eben erklärt, sondern geht dann wirklich schon ins tiefe Detail, weil Ethereum ganz viele Dinge mitbringt, die ja dem Bitcoin sehr ähnlich sind. Aber trotzdem bleibt es eine Entscheidung der Ethereum Foundation, wie dieses Netzwerk definiert ist und aussieht. Und gerade wenn sie umstellen auf dieses Proof of Stake, hast du einen Mechanismus, der sich auf jeden Fall zentralisieren muss. Weil im Endeffekt für den Einzelbenutzer ist es eigentlich nicht möglich, Staking zu betreiben. Das heißt, die gehen zu Dienstleistern und der Dienstleister, der es am effizientesten macht, der wird die meisten Staker bekommen, weil er die meiste Rendite darüber abgibt. Und das wiederum führt dazu, dass die Dienstleister irgendwann gewaltige Summen von diesen Coins halten und dann auch potenzielle Angriffsziele für Staaten oder Regierungen oder so sind. Und dort das Netzwerk übernommen werden kann. Und wenn das Netzwerk übernommen wird in diesem Sinne und man eine Regeländerung durchführt, dann sieht das ja erstmal für alle anderen Netzwerkteilnehmer so aus, als erst eine dezentrale Masse. Weil die ja nicht mal unbedingt wissen, dass dahinter der Dienstleister oder so steckt. Das heißt, auf einmal könnte jetzt eine Regierung wie China vielleicht ein paar große Dienstleister kontrollieren, könnte sagen, ja, wir wollen, dass alle, die in den USA leben, gewisse Funktionen nicht mehr durchführen dürfen. Und dann würde sie den ganzen Rest der Welt denken, ja, das wollen ja alle, außer die USA vielleicht. Aber die Mehrheit will das, ja, die Mehrheit des Netzwerks hat das gesagt. Dabei war es nur China, die das wollten. Also als Beispiel, ja, ganz katastrophal dargestellt. Und beim Mining ist das halt nicht möglich langfristig, weil im Endeffekt musst du dich ja immer an dem Markt orientieren. Das heißt, du kannst jetzt Mining-Hardware kaufen, kannst auch erstmal die meiste Anteil haben. Aber wenn du dann nicht dich mit der restlichen Welt dauerhaft verbesserst und immer effizienter wirst, wirst du prozentual mit der Zeit wieder einen geringeren Anteil haben. Bei Proof of Stake ist es nicht der Fall. Hast du diese Macht einmal, nimmt sie dir keiner mehr ab, außer du verkaufst aktiv deine Coins. Und das ist halt ein Zustand, den ich sogar als sehr gefährlich global ansehe, dass sich da eine zentrale Macht entwickeln könnte, die wirklich fast jeden Datenverkehr der Welt, der später über diese Netzwerke läuft, mehr oder weniger kontrolliert und die Regeln nach eigenem oder sich selbst positiv verändern könnte. Weil die Leute einfach nicht verstehen, wie Dezentralität wirklich funktioniert am Ende. Und Proof of Stake ist kein Konzept, was langfristig Dezentralität gewährleisten kann. Und noch muss man auch sagen, arbeitet Ethereum nicht mit Proof of Stake, sondern mit Proof of Work. Aber auch das ist kein ausreichender Indikator, dass es dezentral ist, weil die Entscheidungen heutzutage, das Netzwerk umzustellen, entstehen immer noch bei der Ethereum Foundation, die halt sagen, hey, wenn ihr jetzt nicht unser Update annehmt, dann seid ihr ein kleineres Netzwerk, was sie auch in der Vergangenheit bewiesen haben. So ist dieses Ethereum Classic entstanden. Das war eigentlich das Original-Ethereum und dort gab es einen Fehler, einen Bug damals und da hat die Foundation gesagt, naja, wir nehmen jetzt den Part dieses Datenstandes, wo dieser Fehler war, raus und fangen nochmal früher an. Und dann hat sich das Original-Netzwerk mit dem fehlersten Datenstand weiterentwickelt, Ethereum Classic, und das heutige Ethereum ist eigentlich der Fork, also die Kopie aus einem älteren Datenstand. Mit dem man nochmal weitergemacht hat. Und das zeigt schon, wie zentral dieses Projekt eigentlich ist. So, und wenn das Projekt eh zentral ist und wir jetzt einen NFT darauf ablegen, dann ist das immer noch nur ein zentral geführtes Panini-Sammelkartenbild, weil die Basis ja schon zentral ist. Also dieses Versprechen, jetzt was Dezentrales zu haben, ist ein Marketingversprechen, was nicht eingehalten werden kann und was am Ende eine Lüge ist und fast schon am Betrug grenzt. So, und da muss man sich halt einfach fragen, was gewinnen wir denn überhaupt durch einen NFT? Ja, eigentlich Panini-Sammelkartenbilder, weil ich kann ja solche NFTs auch schon auf zentralen Datenbanken ablegen. Mal in den Spielemarkt geschaut, bei Spielen wie Counter-Strike oder vielen anderen gibt es zum Beispiel Skins für Waffen oder andere Sachen. Das sind NFTs, ja, das sind im Endeffekt NFTs, wenn man so will. Und die sind halt nur auf einer zentralen Datenbank gespeichert. Aber wenn Ethereum am Ende auch eine zentrale Datenbank ist, sich aber dezentral tarnt, dann gibt es zwischen diesen beiden Dingen nur noch einen einzigen Unterschied. Eine Ethereum-Transaktion kostet bis zu 90 Dollar und das NFT in der Datenbank von Counter-Strike kostet fast nichts, weil es eine zentrale Datenbank ist. Und dann sagt man, ja, aber die sind ja öffentlich einsehbar. Ja, also wenn ich jetzt gleich mich bei Facebook oder Instagram oder sonst wo einlogge und eben was poste, dann sieht das ja auch jeder. Das heißt, auch hier ist die Datenbank erstmal öffentlich einsehbar. Ja, und wenn in letzter Instanz Facebook eingreifen kann, wo ist dann der Unterschied, wenn in letzter Instanz bei Ethereum die Ethereum-Foundation eingreifen kann? Ja, da gibt es keinen Unterschied. Und das ist halt genau das große Problem. Ich glaube, dass der NFT-Hype mehr scheinert sein ist. Aber ich glaube, dass hier eine riesen Industrie, gerade mit Meta und Metaverse in Zukunft angestoßen wird und dass da massives Hype-Potenzial ist. Aber eine riesen Spekulation. Ich glaube, das wird auch irgendwann vielen massiv um die Ohren fliegen, wenn sie erkennen, dass das vielleicht nicht ganz so dezentral ist, wie sie sich wünschen und dass sie eigentlich dem Silicon Valley komplett auf den Leim gegangen sind und für horrende Preise irgendwelche digitalen Nike-Schuhe gekauft haben. Und ich glaube, das wird noch krass. Das wird noch sehr viel Marketing gemacht. Da ist auch wieder die Presse, die am Ende sich ja für Marketing bezahlen lässt, die da sehr viel für sorgen wird, dass die Leute massiv viel Geld verbrennen werden und dem Silicon Valley eigentlich sehr viel Geld damit zuspielen. und dieses ganze Web3 und diese ganzen Sachen sind halt am Ende eigentlich nur Marketingbegriffe. Und ja, theoretisch hat Bitcoin noch viel mehr Auflager, weil Bitcoin eigentlich ja gar nicht möchte, dass diese Dinge, also das Netzwerk möchte ja gar nicht, dass diese ganzen Dinge dezentral gespeichert werden. Weil dezentrale Speicherung bedeutet in erster Linie, die Blockchain ist ja nur eine Datenbank, die einfach nur auf ganz, ganz vielen Computern repliziert ist oder kopiert ist. Das heißt, man hat eigentlich eine super redundante Datenbank und jedes Mal, wenn man irgendwas dort speichern möchte, frisst das global Tausende oder Hunderttausende Megabyte an Speicherplatz. Für ein Megabyte wird jeder Teilnehmer des Netzwerks diesen Megabyte speichern müssen. Und das ist teuer. Das ist auch im Netzwerk später teuer, die Transaktionen zu bezahlen. Und es macht auch keinen Sinn für derartige Daten, das zu tun und die vor allem für die nächsten 70 Milliarden Jahre in dieser Datenbank mit rumzuschlören, dass wir heute irgendwelche Katzenbilder gehandelt haben. Also wir brauchen die Blockchain. Die Blockchain ist ein Hype-Begriff für eine sehr ineffiziente Datenbank und die eigentlich nur in einem einzigen Projekt Sinn macht und zwar in dem Projekt, welches wirklich dezentral ist. Weil ohne diese Datenbankstruktur kannst du keine echte Dezentralität schaffen. Aber diese Datenbankstruktur alleine ist auch kein Garant für Dezentralität. Und deswegen ist die Blockchain an sich eigentlich eine Hype-Technologie, die außer bei Bitcoin keine langfristige Anwendungen findet in meinen Augen. Und ich glaube halt, dass Bitcoins Vorteil ein ganz anderer ist. Eben nicht Katzenbilder dezentral zu machen, was durchaus gehen würde. Also technisch gesehen kann ich auch in Bitcoin einen Hash reinschreiben, weil ein Katzenbild ist ja nur ein Hash. Ja, also das ist ja nichts anderes. Es ist halt einfach teuer. Aber Bitcoin bietet so eine Basis und wir können auf diesem Netzwerk weitere Netzwerke aufbauen. Das Lightning-Netzwerk ist so eins. Also ich sag mal, bis 2017 waren 80 Prozent der Netzwerke überzeugt, wir brauchen ein Netzwerk mit Privatsphäre und mit deutlich schnelleren Transaktionen und deutlich günstigeren Transaktionen. Ja, und dann kam Lightning, ohne dass da jetzt eine zentrale Person ein Geld aus dem Nichts erzeugt hat, wie bei diesen Ethereum und anderen Netzwerken, sind einfach freie Entwickler hingegangen und haben gesagt, hey, wir bauen ein Netzwerk, weil wir Bitcoin diese Fähigkeit mitgeben, was einfach auf Bitcoin aufsetzt. Ja, und jetzt haben wir das Lightning-Netzwerk, können dort in einem Bruchteil einer Sekunde Geld um die Welt schicken zu 0,0001 Cent Gebühren und das ist Wahnsinn und das funktioniert heute schon und auf einmal sind 80 Prozent der Coins, die 2017 noch dieses Narrativ erfüllt haben, sinnlos, weil Lightning ist Privacy by Default, mega schnell und mega günstig. Und das sind Funktionen, wo ich sage, ja, wenn es wirklich einen großen Markt für NFTs und so gibt, dann wird es in Zukunft, da bin ich mir sicher, ein Netzwerk geben, was aus diesem Bitcoin-Ökosystem entsteht und das anbieten wird, aber ohne, dass wir da einen zusätzlichen Coin für brauchen, der ja auch unser Business-Modell planungsmäßig sehr schwierig dastehen lässt. Also im Endeffekt muss man sich ja klar machen, wenn ich jetzt einen Dienstleister, also wenn ich jetzt einen Dienstleister habe und ich diesem Geld geben muss, damit er meinen NFT ausführt oder meinen Smart Contract ausführt, dann will ich ja kein Geld benutzen, was im Wert zum Denominator schwankt, weil es gibt mir wenig Planungssicherheit für mein Unternehmen oder sorgt im schlimmsten Fall dafür, dass Transaktionsgebühren in schlechten Phasen so teuer werden, dass mein Business-Model komplett einbricht. Das heißt, ich will eigentlich jemanden haben, den ich mit einem festen Satz US-Dollar bezahlen kann oder vielleicht irgendwann Bitcoin oder was auch immer sich irgendwann als Geld der Zukunft durchsetzt. Und wenn Ethereum aber an diesen Coin, Ethereum, gebunden ist, dann wird es definitiv immer dieses schwankende Asset bleiben, womit ich keine Planungssicherheit habe. Und das wird im schlimmsten Fall dazu führen, dass entweder dieses Netzwerk und die Netzwerkteilnehmer gezwungen werden, auch andere Dinge als Geld, als Bezahlung für ihre Transaktionen anzunehmen. Damit wird der Ethereum-Coin aber wertlos, weil er keinen Nutzen mehr hat. Oder komplett auf ein anderes Geld umstellen oder ein Konkurrent sich entwickelt, der halt sagt, hey, bei mir brauchst du eben nicht irgendein zentral erfundenes Geld von irgendeinem Unternehmen, um das Netzwerk zu bezahlen, was ja auch keinen Sinn macht. Also rein ökonomisch betrachtet macht das gar keinen Sinn, dass dieses Netzwerk einen eigenen Coin hat. Also quasi, Ethereum wird überschätzt. Wie funktioniert die Welt denn heute? Ich meine, heute, wir haben das ja vorhin festgestellt, Sparen gibt es nicht mehr, heute gibt es nur noch Spekulationen. Und dementsprechend erfüllt Ethereum das einfach perfekt. Alle spekulieren auf mega viel Benutzung dieses Netzwerks und die wird kommen. Web3 und diese ganze Sache, die Marketingindustrie, die wird kommen. Das heißt, das wird nicht überschätzt, das wird sehr gut eingeschätzt, meiner Meinung nach. Das wird ja kommen, die Leute werden es nutzen, werden da viel Geld verbrennen, aber am Ende ist es eine Spekulation. Bitcoin, und das ist ja der Unterschied, ist ja einfach nur dieses Versprechen, hey, du bekommst ein Fragment von maximal 1, 20 Millionen Stück. Und kein Ethereum Foundation, kein Staat, keine Regierung, keine Regulierungsbehörde wird dieses Versprechen jemals verändern. Das ist das härteste Versprechen, das es gibt. Wenn du Gold hast, kannst du dir sicher sein, irgendwer wird es inflationieren. Wenn du Diamanten hast, kannst du dir sicher sein, irgendwer wird sie inflationieren. Bitcoin ist das härteste Versprechen der Welt. Und das ist genau der Unterschied zu allen anderen Dingen, die es gibt auf der Welt. Das heißt, Ethereum ist eigentlich wie ein Unternehmen, was gerade im Hype ist und wahrscheinlich auch sehr viel technischen Hokus-Pokus in Zukunft noch anbietet. Aber es ist eigentlich eine Company. Es ist halt eigentlich eine Security. Und ja, wer darauf spekuliert und wer das vielleicht versteht, dass Bitcoin das härteste Versprechen der Welt ist, der versteht vielleicht auch, dass alles, was nicht diese harte Begrenztheit wie Bitcoin hat, am Ende eine Spekulation ist, im Verhältnis zu Bitcoin. Also nicht im Verhältnis zum US-Dollar-Kurs. Der interessiert ja einen Bitcoiner nicht. Ein Bitcoiner sagt ja, ja, ich habe jetzt ein Fragment von Bitcoin und die gebe ich für Dollar auf jeden Fall nicht mehr her und für Euro auch nicht. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal in einem Land oder vielleicht kann das ja sogar in meinem eigenen Land direkt als Geld benutzt werden. Ich bezahle jemanden, der bei mir zum Beispiel einen Rasen mäht mit Bitcoin und der kauft bei einem Bäcker von diesem Bitcoin Brötchen. dann haben wir auf einmal keinen Dollar mehr oder Euro dazwischen. Und der will dann auch kein Ethereum damit kaufen. Der ist ja dann froh, dass er ein Geld hat, was ihm ja keiner inflationiert, womit er wirklich sparen kann, womit er in der Lage ist, irgendwann ein Haus zu kaufen, weil er gespart hat und nicht, weil er sich einen Kredit nehmen musste. Und das ist ja die Theorie hinter Bitcoin und das ist genau der Unterschied zu den Altcoins. Die Altcoins sind am Ende moderne Fintechs und das können sie auch sein. Nur ich finde es immer schwierig, wenn diese sich nicht als Fintechs hinstellen, sondern als dezentrale Netzwerke, weil das meiner Meinung nach ein Versprechen ist, was sie nicht einhalten können und schon fast an die Täuschung der Menschen grenzt. Und das ist einfach der große Unterschied. Und das ist halt meiner Meinung nach auch, worauf wir jetzt gerade massiv hinsteuern, weil die ganze Politik und auch Industrie das gar nicht versteht, was da gerade passiert. Und im Endeffekt, er sagt, also das ist ja so ein bisschen, nachdem diese ganzen negativen Meldungen im Moment da sind, ja, Bitcoin verbraucht zu viel Energie und so. Ja, hey, Ethereum, die steigen ja bald auf Proof of Stake um, schön energiesparend und so. Und die ganze Politik macht ja mit. Ja, im Endeffekt lässt die Politik sich gerade als Marketinginstrument für diese Projektinitiatoren und Firmen hinter diesen Netzwerken instrumentalisieren und versteht es nicht mal. Das ist halt ein ganz krasser Zustand. Und eigentlich müssten unsere Politiker heutzutage wie so Sportler, so Formel-1-Sportler oder so, so Westen tragen, wo die ganzen Logos von diesen Firmen drauf sind, die sie gerade da unterstützen mit ihrer Arbeit. Und das ist leider etwas, was heutzutage bei vielen Menschen noch nicht angekommen ist und was sie auch nicht verstehen. Und wer spekulieren will, der ist bei Ethereum wahrscheinlich richtig. Und wer wirklich einfach ein hartes Versprechen, eine harte Sparwährung kaufen will, der ist wahrscheinlich bei Bitcoin besser aufgehoben. Was du gerade über Ethereum gesagt hast, gilt ja wahrscheinlich auch für Cardano, Solana und so weiter. Die sind ja vom Prinzip her ähnlich. Komplett, ja. Und teilweise sogar auch verstecken sie das noch weniger, dass sie nicht dezentral sind. Also Solana ist jetzt letztes Jahr ausgefallen und da haben dann die Entwickler über Discord das Ganze wieder in Gang gebracht und dann haben sie mit allen kommuniziert, was sie jetzt machen müssen, damit das Netzwerk weiterläuft. Das zeigt ja schon, wie zentral es am Ende ist. Und ich glaube viel, also ich glaube auch, dass Ethereum für Bitcoin nicht gefährlich ist, weil es an diesen harten Versprechen, was Bitcoin einem gibt, ja gar nichts verändert. Ich glaube aber, für Ethereum können ein paar andere sehr gefährlich werden. Zum Beispiel die Binance Chain, die technisch fast genauso viel kann wie Ethereum, aber 100% zentralisiert bei Binance läuft. Das heißt, du hast zwar eine Technologie Blockchain dahinter, die ist aber gar nicht so redundant wie bei Ethereum. Dadurch sind die Transaktionsgebühren extrem billig und schnell. Und das bedeutet, die Leute, die sitzen ja hier draußen, die verstehen ja den Unterschied gar nicht und die sehen nur, hey, ich kann das Gleiche machen wie bei Ethereum, nur noch günstiger. Ja, oh Wunder, wenn es zentral geführt ist, wird es günstiger. Aber dann kommen wir ja irgendwann und sind wieder bei FIFA Coins und CSGO, Waffenskins, das sind eben diese zentralen Produkte, die sind einfach günstiger. Und das ist genau dieses Marketing, was jetzt vielleicht Ethereum auch irgendwann auf die Füße fällt, weil es andere gibt, die es noch, ich sag mal, dreister, diesen Dezentralitätscharakter nach außen tragen, obwohl sie ihn gar nicht haben. Ja, und dieses als Marketing benutzen und vielleicht für Ethereum gefährlich werden, weil die Leute sagen, hey, warum soll ich 90 Dollar bezahlen, wenn ich meine beiden Crypto-Kitties miteinander ein Baby machen lassen will, wenn ich das auch für 9 Cent auf der anderen Chain machen kann. Das macht keinen Sinn. Zumal ja Ethereum gar nicht dezentral sein müsste. Bei Bitcoin geht es ja wirklich um die Unabhängigkeit von Staaten und Notenbanken und so weiter. Aber Ethereum hat ja gar nicht diesen Anspruch. Doch, doch, das haben sie. Und das ist halt genau der Punkt. Und sie tun ja auch so, als wären sie das. Das ist ja das Interessante hierbei. Und das ist ja auch das, wo ich sage, das ist das Marketingversprechen, was ich sehr gefährlich finde, weil ich nicht sehe, dass das eingehalten werden kann. Aber am Ende ist das genau das, was die Ethereum Foundation eigentlich nach außen trägt und wo ich halt sage, das grenzt halt an Betrug, weil hier was versprochen wird, was sie gar nicht einhalten können. Was aber so, also wirklich nur für Experten zu erkennen ist, das ist das große Problem. Also es ist wirklich, es gibt ja, ich bin ja nicht der, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja der Experte schlechthin, aber es gibt ja neben mir sehr, sehr viele Menschen, die diese Probleme erkennen und auch identifizieren. Es ist zum Beispiel auch sehr interessant bei einem Proof of Stake, wie wir Zufälligkeit geschaffen, weil die Stakemenge bei Ethereum sagt ja nur, hey, sobald du 32 Ethereum hast, darfst du so eine Staking-Node betreiben. Gut, jetzt kannst du, wenn du ganz viele Ethereum hast, einfach ganz viele von diesen Nodes machen und die haben auch keinen großen Rechenaufwand, das ist relativ leicht für dich, Tausende solcher Nodes zu betreiben. Aber die Frage ist halt, wie wird jetzt diese zufällige Reihenfolge geschaffen, welche von den Nodes den nächsten Block produzieren darf? So, und da fängt es nämlich schon an, weil digital kannst du keine echte Zufälligkeit erzeugen und du könntest eine Zufälligkeit theoretisch gegenrechnen und auf einmal kommst du wieder in diesen Proof of Work Mechanismus, der am Ende dafür da sein soll, eine Zufälligkeit zu errechnen und Ethereum plant gerade damit tatsächlich eine ASIC-Maschine für das Ausrechnen dieser Zufälligkeit zu bauen, um dort einen Schwierigkeitsfaktor einzubauen, dass es eben nicht möglich wird, für den Einzelnen alleine diese Zufälligkeit auszurechnen. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass es andere geben wird, die diese ASIC-Maschinen haben, in diesem Konsortium, die das wiederum können. Und das sind aber so tiefe Details, die auch so tief in die Kryptografie gehen, dass sie doch der ganz normale, ich sag mal, Finanzjournalist oder Politiker und selbst der Standardinformatiker gar nicht verstehen kann, wo hier Zentralisierung entsteht. Und das ist halt, ich glaube einfach, dass da eine sehr große Maschinerie hinter ist, sehr viel Täuschung und dass das aber funktioniert. Das ist das Gruselige. Also ich sitze hier ja selber neben und sehe halt, dass das funktioniert und das wird noch viel, viel größer. Davon gehe ich aus. Ich meinte, für das Geschäft von Ethereum. Sie brauchen doch gar nicht diese Dezentralität. Doch, brauchen sie. Weil im Endeffekt, also sie brauchen zumindest dieses Versprechen, weil ansonsten wird es keiner nutzen. Sie sind deswegen groß, weil sie den Hype von Bitcoin mitgenommen haben und gesagt haben, hey, wir sind wie Bitcoin, voll dezentral, aber können noch mehr. Und das ist ja genau die Marketinglüge gewesen. Ohne diese Lüge wären sie nie entstanden. Da hätte nie jemand dieses Projekt gekauft. Ja, und weil dann hätte irgendwann Amazon vielleicht gesagt, wow, das ist ja voll super, was die machen. Wir machen jetzt NFTs auf Amazon WS. Und interessanterweise ist das sogar so, weil die größten oder die meisten Ethereum-Nodes, ich wirklich glaube mittlerweile, 80 Prozent des Netzwerks, läuft auf Amazon WS-Servern. Das ist halt so witzig. Also im Endeffekt, es ist wirklich, wenn man es darauf runterbricht, ja, eine riesen Marketinglüge eigentlich, die wirklich Früchte trägt, die funktioniert. Und ich sehe auch nicht, dass man dagegen vorgehen kann, weil die Komplexität hinter diesen Netzwerken zu verstehen, warum sie zentral sind, so schwierig ist. Aber sie brauchen diese Lüge, weil sonst werden sie nie so groß geworden, weil nur durch dieses, ich meine, was unterscheidet die sonst von einem CSGO-Skin? Was unterscheidet ein Crypto-Kitty von einem CSGO-Skin? Ja, wir sind dezentral, aber sie sind es halt nicht. Und das war ja auch das, was ich meinte. Es gibt bei Dezentralität kein Spektrum. Es gibt, entweder ist man dezentral oder eben auch nicht. Also, wenn du jetzt Geld übrig hättest, in was würdest du investieren? Bitcoin oder Ethereum? Also ich selber, ich spreche nicht über meine Investments. Ich besitze offiziell gar keine Bitcoin. Weil ich auch nicht möchte, dass mir jemand was nachkauft. Also wenn, dann möchte ich, dass die Leute sich auch mit den Technologien befassen. Und zwar so tief, wie ich das auch tue und wie ich das auch meiner Community nahelege und natürlich auch so kommuniziere. Das ist ja auch das, worum es auf meinem Kanal geht. Dieses tiefe Verständnis für das zu geben, was dort passiert und auch Beweise dafür zu liefern. Also uns bringt ja nichts, wenn ich irgendwas erzähle, was am Ende nicht stimmt, sondern das muss nachprüfbar sein. Das ist mir immer wichtig, dass ich mit Quellen arbeite und dass die Leute selber lernen können und auf Basis dieser Einsicht das selber entscheiden können. Und ich würde ganz einfach sagen, wer spekulieren möchte auf, man bekommt später mehr Bitcoin, als wenn man jetzt heute Bitcoin gekauft hätte für sein Geld, weil man auf Ethereum spekuliert hat und der Kurs sich besser entwickelt hat in Bezug auf Bitcoin, dann kann man spekulieren, wenn man aber sagt, eigentlich will ich genau das nicht mehr. Also ich kann ja jetzt auch in Aktien gehen und in alle anderen Dinge der Welt, aber überall gibt es zentrale Entscheider, die das beeinflussen, wie viel Wert das hat, was ich dort kaufe. Bitcoin ist doch das einzige Versprechen, wo es keinen zentralen Entscheider gibt. Also das ist doch die Innovation. Das ist doch die Utopie, die wir bis es Bitcoin gab, hatten, die als unmöglich galt. Und jetzt haben wir genau diese Utopie gelöst. Ja, dann ist das doch der heiße Kram, oder? Also alleine dieses Versprechen zu haben, da gibt es keinen, der irgendwann 42 Millionen Bitcoin macht. Es ist nicht möglich. Es wird maximal 21 Millionen geben. Und dieses harte Versprechen ist das, was mich begeistert und die Bitcoiner begeistert. Und ich glaube halt, wenn man dieses Versprechen haben will, dann kommt nur Bitcoin infrage. Wer aber spekulieren will, der kann natürlich Ethereum kaufen, der kann aber auch Apple Aktien kaufen und Tesla und Intel und Microsoft. Also am Ende sind das aber zentrale Unternehmen und man kauft Versprechen dieser Unternehmen, dass sie in Zukunft was machen, was den Unternehmenswert steigert. Aber da muss ich diesen Personen vertrauen. Und das ist halt bei den Altcoins nichts anderes. Bei sowas wie Ethereum muss ich der Ethereum Foundation vertrauen, dass sie gut mit der Web3 ganzen Marketingmaschinerie zusammenarbeitet, dass sie Funktionen bringen, die Metaverse haben will, damit dort auch die passenden NFT-Schuhe verkauft werden können und so. Wenn die Ethereum das nicht macht, dann wird vielleicht Binance das machen. Und das ist halt genau das, was ich meine. Ich muss immer den Entscheidungen, den Entwicklungen dieser Entwickler vertrauen. Und das ist das zentrale Versprechen. Und Bitcoin ist eben ein dezentrales Versprechen. Das ist einfach, ich bin ein Netzwerkteilnehmer und wir alle haben uns auf diese Regeln geeinigt. Und was wir bekommen, ist eine harte Begrenztheit, die keiner mehr aufsprengt. Roman, vielen Dank. Gerne. Gerne. Untertitelung des ZDF, 2020